ja hallo und herzlich willkommen hier zu ls 17 auf der sasnov gar schön dass ihr da seid ja alle die leistungs gesehen haben oder die aufzeichnung danach wissen bereits und zwar sind wir jetzt auf einem server zwar noch allein unterwegs hat zum einen den vorteil dass wir oder ich weiter laufen lassen kann und die sachen wachsen zum anderen aber auch den nachteil das darf man nicht vergessen dass wir keine mission mehr machen können so zuerst werde ich jetzt mal hier flügen müssen so noch mal ganz kurz pause bildschirm so muss einmal ganz kurz mich einloggen als admin dadurch dass es ja jetzt ein server ist wo jeder drauf kann ist das leider nicht anders machbar da seid ihr auch schon wieder wir brauchen auf jeden fall ein düngerstreuer ich weiß nicht was da an geld abgegangen ist auf jeden fall ein bisschen licht an machen das aus und dann geht es weiter ja wir brauchen düngerstreuer die felder eben bedüngen ich glaube wir haben schon eingekauft von daher ich weiß gar nicht wo ich gerade fahre also richtig vorne links und dann geht es weiter ne einfach leiden das war zu früh rein ja den winkel habe ich ein bisschen verstellt dass ich beide spiegel schauen kann mein gott bin ich ja schon deine ich franch statistisch bin ich wy ich Ich habe ein Ping von 200, sagt er unten an. Da muss ich mal schauen, womit das zu tun hat. Ich habe ein Ping von 200, sagt er unten an. Ich habe ein Ping von 200, sagt er unten an. Ich habe ein Ping von 200, sagt er unten an. Ich habe ein Ping von 200, sagt er unten an. Ich habe ein Ping von 200, sagt er unten an. Ich habe ein Ping von 200, sagt er unten an. sieht auf jeden Fall gut aus mit der Ping nicht ja wenn es gar nichts hilft müssen wir auf jeden Fall wieder auf den Single gehen weil ich muss dazu sagen ich bin gerade am hochladen das kann natürlich auch damit zu tun haben dann wäre ich schuld ja klar wird das damit zu tun haben ja gucken dass wir die eine Folge neu durchbekommen ohne große Probleme ja 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 hier ist was los sage ich dir ja 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 das wäre dann der Dünnvorgang Nummer 2. Sieht schon cool aus, irgendwie. Die Dünnvorgang Nummer 3. 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 Die Dünnvorgang Nummer 4. Die Dünnvorgang Nummer 4. Die Dünnvorgang Nummer 4. Die Dünnvorgang Nummer 4. Auf zu Feld 14. Die Dünnvorgang Nummer 4. 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 Die Dünnvorgang Nummer 5. Ah, es beruhigt sich langsam. 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 Ah, es beruhigt sich langsam.